Winter. Weder noch. Ah, le français. Je suis bilan. Mein Lebensmotto oder ein Lebensmotto ist, verlassen nie das Haus ohne Bauch. Ich bin Raphael Schneeberger, Projektleiter Geowissenschaften bei NACRA. Und im Rahmen des Jahrhundertprojekts Tiefenlagerung radioaktive Abfälle schaue ich die Geschichte der Gesteine an und versuche auszuderen, die mögliche Entwicklung für die Zukunft abzuschätzen. Ein Projekt, das eine Zeit zu tun hat, das über das menschliche Leben ausgeht, kommt mit einer besonderen gesellschaftlichen Verantwortung. Und diese Verantwortung für die Gesellschaft ist, was mich motiviert, an diesem Projekt mitzuarbeiten.